Immer wenn wir zusammen sind, wird es super, yeah! Wow! Hallöchen, ich bin Barbara Gordon alias Bad Girl. Und ich bin Mitglied des besten, beste Freundinnen-Superhelden-Teams der Welt. Zusammen mit Wonder Woman, Supergirl, Zatanna, Green Lantern und Bumblebee. Wusstet ihr, dass wir nicht die einzigen Superhelden-Teams an der Metropolis High sind? Auch wenn er nicht so wird, Garth ist ebenfalls Schüler der Metropolis High. Hey Leute, was geht so? Auch wenn er weder besonders groß, noch kräftig oder stark ist. Sein Selbstbewusstsein ist riesig. Ich bin Aqualad, alles klar? Ganz genau, Superheld der Extraklasse. Er ist der totale Nerd. Ich sagte Superhelden, Jimmy, kein Cosplay. Er steht auf Wasser und sein Goldfisch. Ja, er ist ein echter Nerd. Hey Garth, welche doofen Dinge magst du gerne? Ich mag Star-Battle-Comics, aber die sind nicht doof. Als Aqualad ist er der Herr der Meere. Leider kann er ohne Wasser nicht wirklich zeigen, welche Fähigkeiten er besitzt. Glaub mir, im Meer wäre mein Trick richtig cool gewesen. Oder im öffentlichen Schwimmbad oder so. Auch wenn er Fieslinge förmlich anzieht. Hey, kommst du hin? Lässt er sich niemals unterkriegen. Wow! Ja! Aqualad und seine besten Kumpels, den Benzer Bros! Yo Bros! Green Lantern Pac-Man The Flash Green Arrow und Steve Trevor sind zusammen die DC Superhero Boys! Yo Bros! Superhero's! Game geht her! ad